So Leute, in diesem Moment ist der Ethereum-Hacker dabei, seine Ethereum auf dem offenen Markt zu dumpen. Und das noch nicht alles, wir werden uns gleich noch ein paar andere riesige Wale anschauen, die am Kryptomarkt gerade in ziemlichen Schwierigkeiten stecken. Falls ihr also irgendwas mit Kryptowährung zu tun habt, solltet ihr dieses Video auf gar keinen Fall verpassen und damit willkommen zurück meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Kryptovideos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. Und bevor wir jetzt loslegen, will ich euch noch eine kleine Information da lassen und zwar bin ich momentan beim World Cup. Das bedeutet, ungefähr die nächsten zwei Wochen, da werden die Videos ein bisschen unregelmäßig kommen. Falls natürlich irgendwas Großes passiert, mache ich sofort ein Video, aber ansonsten könnte es mal ein Video geben, mal kein Video und vielleicht auch nicht immer zur gleichen Zeit, wie ich das sonst immer gemacht habe. Nur einfach mal, damit ihr Bescheid wisst und euch nicht wundert. Aber jetzt würde ich sagen, lasst uns auch direkt mal über den Markt sprechen, denn da passieren gerade riesige Sachen. Also das Erste ist, dass auf dem 4-Stunden-Chart, da kann man sehen, dass wir wieder einmal in meine orangenen Box eingetaucht sind. Wir haben versucht, also wir wurden mehrfach am Rand der orangenen Box unterstützt, dann kamen allerdings schlechte Nachrichten und wir sind direkt wieder da reingegangen. Auch hier haben wir dann wieder einen kleinen Pump gesehen, aber schaut euch diesen Bounce an. Der ist absolut nicht so stark, wie die Bounces, die wir davor gesehen haben, okay? Also den Bounce, den wir das erste Mal gesehen haben, war ein großer bis zu 18.000 Dollar. Dann beim zweiten Mal gab es einen großen Bounce bis zu 17.000 Dollar. Dieser Bounce hier, der sieht jetzt bis jetzt zumindest noch nicht allzu überzeugend aus. Nicht so stark und je öfter wir dieses Level erreichen, umso schwächer wird natürlich auch die Reaktion sein. Fürs Erste hält die Box allerdings immer noch den Bitcoin-Preis oben, was immer noch richtig gut zu sehen ist. Und jetzt lasst uns hierüber sprechen. Der massive Ethereum-FTX-Wahl, über den wir uns letztens noch unterhalten haben, hat mittlerweile tatsächlich damit begonnen, die Ethereum abzustoßen. Und zwar hatte dieser Wahl ja bis zu 250.000 Ethereum, jetzt hat er gerade mal noch 200.000. Was macht dieser Hacker? Naja, er verkauft seine ganzen Ethereum für Ren BTC, was ja dezentral an den Bitcoin-Preis im Ethereum-Netzwerk gekoppelt ist. Also er versucht mit diesem Geld wegzukommen, indem er eben Ethereum gegen Ren BTC eintauscht und dann versucht, das Ganze in vielleicht Monero zu waschen und dann auszuzahlen. Da stellt sich natürlich die Frage, wir wissen, dass die SEC der Bahamas rausgekommen sind und gesagt haben, dass sie ein bisschen Geld von FTX rausgezogen haben. Aber ich glaube nicht, dass es sich hierbei um diesen Account handelt. Ich glaube, dass es ein Hacker oder vielleicht ein Insider, könnte auch Sam selber sein, wissen wir nicht. Aber die Funds, die FTX auf die Bahamas geschickt hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie tatsächlich versuchen, das Ganze eben auf diese Weise auszucachen. Es handelt sich um irgendeinen Insider, vielleicht Sam, vielleicht einen Hacker, aber meiner Meinung nach auf keinen Fall die Regierung der Bahamas. Es gibt keine wirkliche Erklärung dafür, warum sie auf diese Art und Weise handeln und massive Mengen an Krypto mit massiver Slippet stampen und dabei Geld verlieren. Aber wir werden sehen, wir werden noch das Ganze voller Ausmaß dessen bekommen, was hier los ist. Dann das Einzige, was wir wissen, ist, dass der FTX-Hacker im Moment auf jeden Fall sein Ethereum dappt. Und als ob das noch nicht genug wäre, haben wir noch riesige Entwicklungen bei Genesis und der Digital Currency Group. Die wollen Geld auftreiben. Sie müssen Geld auftreiben, weil sie ein massives Loch in ihrer Bilanz haben. Mindestens mal eine Milliarde Dollar müssen sie auftreiben. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass einfach absolut niemand bei diesem, ja, niemand möchte sie retten, keiner will da Geld reinstecken. Und deshalb könnten wir auch in der nächsten Woche riesige Auswirkungen sehen. Grace K. selber hat jetzt auch eine Pressemitteilung auf Twitter gepostet, in der noch einmal erklärt wird, dass jede Einheit separat ist. Klar, wir haben die Muttergesellschaft, die Digital Currency Group ist. Dann haben wir Grace Hale, was ein Juniorunternehmen ist. Und dann haben wir noch Genesis Trading, was ebenfalls ein Juniorunternehmen ist, also was zur Digital Currency Group gehört. Das Problem an der ganzen Sache liegt momentan bei Genesis und eben nicht bei Grayscale, soweit wir zumindest wissen. Das Problem an der ganzen Sache ist einfach nur, dass wenn es ihnen nicht gelingt, Mittel für Genesis zu beschaffen, dann kann oder muss eventuell Digital Currency Group die Entscheidung treffen, einige der Vermögenswerte zu verkaufen, um auf diese Weise Mittel zu beschaffen. Wir haben allerdings keine Bestätigung, dass das passieren wird. Zu diesem Zeitpunkt müssen wir aber jedes Szenario in Betracht ziehen. Wie viele Assets hat Grayscale? Naja, wir wissen. Oder, ne genau, 14 Milliarden Dollar an verwalteten Assets. Die Befürchtung ist also, dass wenn sie keine andere Möglichkeit sehen, Geld für die Rettung von Genesis aufzubringen, dann könnte Grayscale möglicherweise eben einige dieser Produkte abwickeln und wahrscheinlich würden sie mit Ethereum Classic, Litecoin oder was auch immer beginnen und dann würden sie diese Fonds abwickeln und das Geld nehmen und Genesis zu retten. Das Ding an der ganzen Sache ist jetzt, lasst uns einfach mal annehmen, dass sie wirklich daran interessiert wären, den GBTC-Fonds aufzulösen. Und wenn sie diesen Fonds schließen, dann würden sie einfach sofort einen Gewinn von 40% machen, was, wenn man sich das überlegt, eigentlich absoluter Wahnsinn ist. Der Grund dafür ist, dass der Fonds momentan natürlich mit erheblichen Abschlag gehandelt wird, mit einem Minus von 45% im Vergleich zum Marktwert, was ja Wahnsinn ist. Jetzt gibt es mit Sicherheit auch einige Leute, die momentan GBTC halten, die sagen, dass sie überhaupt kein Problem damit hätten, wenn sie den Fonds abwickeln würden, weil sie dann natürlich die eigentlichen Bitcoin erhalten werden, aber das stimmt nicht. Was man nämlich bekommen würde, dass der US-Dollar-Betrag den man momentan hält und Grayscale, die würden dann die 40% Gewinn einstecken. Das ist einfach die harte Realität, das haben sie auch bereits genauso bestätigt. Für alle, die also GBTC oder EEE halten, lasst uns einfach mal hoffen, dass sie diesen Fonds nicht auflösen. So sieht auf jeden Fall die momentane Situation aus. Sie müssen Fonds auftreiben, ansonsten haben wir jedes Einzelne dieser verschiedenen Szenarien auf dem Tisch liegen und als ob das noch nicht genug wäre, haben wir noch einige FTX-Konkursanmeldungen, die uns die 50 größten ungesicherten Gläubiger zeigen. Das sind die Leute, die eben Geld bei FTX verloren haben und der dritte hier, dem fehlen 174 Millionen Dollar. Wir glauben, dass es sich dabei um Genesis Trading handeln könnte. Die anderen, die 226 Millionen und, also das sind die größten, 226 Millionen und 203 Millionen. Und das ist also Platz 1 und 2 in Bezug auf die Leute, die das meiste Geld durch den Zusammenbruch von FTX verloren haben. Wir wissen nicht, wer diese Personen sind. Wir werden also die Identität dieser höchstwahrscheinlich Unternehmen erfahren. Da müssen wir mal schauen, wer diese Leute gewesen sind. Und falls es sich dabei um einige große Akteure im Cryptospace gehandelt hat, dann sind sie mit Sicherheit in ziemlich großen Schwierigkeiten. Und wenn sie in großen Schwierigkeiten sind, und das wird aufgedeckt, könnte das potenziell eine weitere Ansteckung am Kryptomarkt zur Folge haben, dass die Leute in Panik geraten, wenn es sich herausstellt, dass es irgendeine Exchange ist oder was auch immer. Deshalb, ich werde euch jetzt schon mal diese Informationen geben, dass wir nicht wissen, wer es ist, aber früher oder später werden wir mit Sicherheit die Identitäten dieser zwei größten Gläubiger von FTX sehen. Also macht euch auf jeden Fall darauf gefasst, was auch immer bei dieser Enthüllung herauskommen mag. Könnte es Jump Crypto sein? Denn erinnert euch, ich habe über diese Jungs gesprochen, dass sie potenziell in Schwierigkeiten stecken. Und es sieht danach aus, als hätten sie auch eine Pressemitteilung gepostet, dass sie gesagt haben, alles wäre in Ordnung. Aber wir können sehen, dass sie massive Mengen an Kryptowährungen zu Binance übertragen. Das ist eine Sache, die sie normalerweise manchmal auch machen könnten. Aber das Timing ist natürlich momentan schon echt ziemlich interessant. Ich meine, zu einer Zeit, wo so viele Kryptowährungen leiden, da transferieren sie richtig viel zu Binance. Wollen sie das Ganze verkaufen? Könnten sie möglicherweise machen. Wir wissen zumindest mal, dass sie massive Mengen an Ethereum zu Binance schicken, jetzt wo wir hier sprechen. Das sind die Sachen, die ich momentan beobachte. Ich beobachte die Situation mit Grayscale und der Digital Currency Group. Werden sie in der Lage dazu sein, Mittel aufzubringen? Falls nicht, wie werden sie diese eine Milliarde auftreiben, die sie brauchen? Das wird sich noch zeigen. Ich beobachte dann auch noch den FTX-Hacker. Ist es Sam? Ist es jemand anders? Zu diesem Zeitpunkt wissen wir einfach nur, dass sie massive Mengen an Ethereum abwerfen. Dann eine Sache, an die ich euch erinnern möchte, oder was heißt erinnern, die ich euch zeigen will, ist, wir machen momentan ein Giveaway mit OKX auf Twitter, wo ihr in der Lage dazu seid, eine ganze Menge Geld in einer ziemlich lustigen Art und Weise zu bekommen, falls ihr an Fußball interessiert seid. Schaut euch das Ganze auf jeden Fall auf Twitter an. Ich lasse den Link in der Videobeschreibung. Falls ihr einen dieser NFTs bekommen möchtet, abgesehen vom Giveaway, auch eine super einfache Sache. Das Ganze funktioniert nämlich so, ihr mintet euch ein NFT von der Mannschaft, wo ihr glaubt, dass sie die Weltmeisterschaft gewinnen werden. Und für jedes Spiel, was dieses Team dann in der Gruppenphase gewinnt, da bekommt ihr ein bisschen Geld. In der K.O.-Phase, da ändert sich das Ganze ein bisschen. Da gibt es nämlich einen Preispool, was sich für jedes Team ansammelt. Und wenn dann eine Mannschaft die andere Mannschaft in der K.O.-Phase ausschaltet bis zum Finale, da bekommt ihr dann einfach einen riesigen Geldtopf, der am Ende des Turniers unter allen NFT-Inhabern aufgeteilt wird. Hier stehen auch nochmal alle Regeln, aber was ihr auf jeden Fall wissen müsst, ist, ihr könnt bis zu drei NFTs für ein, zwei oder drei der 32 Nationalmannschaften münden. Und alles, was ihr dafür machen müsst, ist, Ethereum in Wert von 10 Dollar zu staken, die ihr am Ende des Turniers sowieso wieder zurückgehalten werdet. Also, im Grunde genommen verliert ihr hier auch gar kein Geld. Also, geht zu OKEx, meldet euch unter meinem Link an, den ihr in der Videobeschreibung findet. Sobald ihr angemeldet seid, geht ihr auf OKEx, klickt auf Wallet, dann verbindet ihr eure dezentrale Wallet, egal ob MetaMask oder was auch immer für eine. Ihr könnt auch einfach eine Wallet auf OKEx machen, eine OKEx-Wallet, indem ihr diesen Button klickt und dann klickt ihr auf Remind. Dann könnt ihr euch raussuchen, was für ein Team ihr hier minten möchtet. Ich persönlich habe natürlich eins für Deutschland gemintet, dann noch eins für Brasilien, weil ich glaube, dass sie vielleicht weiterkommen könnten. Aber nichtsdestotrotz, es ist und bleibt einfach eine richtig lustige Art und Weise, die Weltmeisterschaft zu gucken und am Ende vielleicht sogar noch richtig viel Geld zu gewinnen, falls eure Mannschaft es bis nach ganz oben schafft. Im Grunde genommen war es das dann auch schon für das heutige Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Kommentar da. Teilt das Video mit euren Freunden und wir sehen uns dann im nächsten Video.